Guten Morgen Schüler, willkommen im Fach Chemie. Diesmal will ich euch heute etwas über chemische Reaktionen beitragen. Und da hat es gerade geklappt, es sind bestimmt wieder die zwei Schüler, die ich denke, die wieder zu spät sind. Guten Tag, wer ist da? Ja, jawohl. Kommt ihr mal auf die Tacho machen? Was? Guckst du mal auf die Tacho 5? Ja, ja. Und? Was machst du jetzt hier? Sitz doch mal mit das oder was? Ja, steh auf jetzt! Ey, was auf hier, ey! Was? Ja, was soll das? Ich hab mein Platz! Ja, was, ich stehe jetzt einfach mit mir. Warum? Was soll das denn? Ich komm hier hinten, ich kann mich mitnehmen, Alter. Ich hab nichts für... Ja, was? Wir werden gleich alle zum Direktor... Ja, was für Direktor? Wie, was für Direktor? Was schaffst du nicht? Hallo? Was soll das? Egel! Hallo, setz euch da weiter, um uns gleich zu schlagen. 40 auf! Ah, ja, jetzt... Jetzt werden alle zum Direktor... Ja, ja, ja... Also Herbert, wie schütteln Sie denn die Lage? Was ist denn genau passiert? Ich kam in die Klasse, wollte Unterricht machen, da waren die zwei Schüler halt nicht da. Es waren halt 20 Minuten zu spät, ich hol sie rein. Ah, das ist auch die Rote. Ja, ein Schiff... Ja, lass uns uns gleich mal hinsetzen hier, ganz ruhig. Oh Gott, der Stress! Schönen guten Morgen! Äh, ich denke, ihr wisst ganz genau, warum wir jetzt hier alleine sind. Ne, wissen wir nicht. So, das ist schon mal der, der muss direkt, er muss direkt das Unterbrechen, wir wissen nicht, warum wir hier sind. Wir haben nichts getan. Richtig, das war ihr. Ich glaube, ich habe sehr wohl gesehen, was passiert ist, also ich habe... Ja, deswegen, Sie können auch auf jeden Fall durch die Tür gucken. Die Auswirkungen irgendwie sehen. Hm. Und da ihr beide auch schon öfters aufgefallen seid negativ, denke ich, ihr solltet einfach darüber nachdenken, was ihr gemacht habt. Und ich möchte jetzt wissen, was passiert ist, warum und deshalb. Ja, die können nur so viel sagen, dass er es war. Er war es, alleine. Ja. Er war es, ihr habt mich zusammengeschlagen, nicht er. Er hat uns angeschrien und... Nur weil sie was gegen uns haben, ne? Nein. Junge, was behauptest du, dass wir das waren? Was? Wieso behauptest du, dass du das mit den Herren zusammengeschlagen hast? Nein, das haben wir eben nicht. Wir haben nichts gemacht. Nein.